So kennen wir Dagi Bees kleine Schwester noch. Vor fast drei Jahren zeigte Dagi Bee Lena das erste Mal auf YouTube. Die Fans fanden Lena auf Anhieb zuckersüß. Auch ihre Kinderbilder bekamen tausende Likes und Kommentare. Doch mittlerweile sieht Lena, die sich heute Leni Marie nennt, schon viel älter aus. Die Zwölfjährige ist mittlerweile selbst ein Social Media Star, hat auf Musical.ly knapp 1,4 Millionen Abos, deutlich mehr als Dagi selbst. Am Sonntag werden die beiden seit langem mal wieder ein gemeinsames YouTube-Video drehen. Wir sind gespannt. Gewusst? Auch Bibis Schwester Nadine hatte einen eigenen YouTube-Kanal, doch dann ist etwas passiert, womit keiner rechnete. Was genau es war, erfährst du im Link in unserer Infobox. Psst, wir verlosen aktuell dreimal die neue Bidu-Box von Bibi. Zum Gewinnspiel kommst du ebenfalls über den Link in der Infobox.